Unter der Entdeckung Amerikas versteht man die erste Sichtung des amerikanischen Kontinents durch Seefahrer aus dem europäischen Zivilisationsraum. Obwohl bekannt ist, dass bereits um das Jahr 1000 Greneln den A-Unterlei-Ferickson amerikanischen Boden betraten, gilt heute allgemein Christoph Kolumbus als Entdecker Amerikas, da erst nach seiner Entdeckung der Karibik am 12. Oktober 1492 die kontinuierliche Erkundung und schließlich Kolonisierung des Kontinents durch die europäischen Nationen begann, weshalb dieses Datum einen wichtigen Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit markiert. Derzeit wird allgemein als erster Europäer, der das amerikanische Festland in der Neuzeit erreichte, Giovanni Cabuto angesehen, auch wenn es Hinweise auf frühere Entdecker wie Dietrich Pining und Joao Vazet Cotterial gibt. Als eigener Kontinent wurde Amerika erst 1507 vom Italiener Amerigo Vespucci erkannt und im selben Jahr von Martin Waldseemüller nach diesem als Amerika benannt. Aus welthistorischer Sicht erfolgte die erstmalige Entdeckung und Besiedlung Amerikas durch Menschen nach der bisher vorrangig vertretenen Lehrmeinung vor 12.000 Jahren über die Beringstraße durch Bewohner Nordostasiens. Ihre Nachkommen sind die amerikanischen Ureinwohner. Neuere Forschungen und Funde lassen jedoch auch weitere Besiedlungen schon vor 15.000 Jahren an der südlichen Pazifikküste Südamerikas von Ozeanien aus als möglich erscheinen. Sicher belegte Entdeckungsfahrten Skandinavier der erste Europäer, der das nordamerikanische Festland zu Gesicht bekommen hat, dürfte Björn nie Herr Jülfsson gewesen sein. Er kam 986 auf der Fahrt von Island nach Grönland vom Kurs ab und berichtete später von bewaldeten Hügeln im Westen. Das gesichtete Land erkundete er aber nicht weiter. Da aber auch Grönland geografisch zum nordamerikanischen Kontinent gehört, kann bereits Garnbjörn Ulfsson als dessen Entdecker gelten. Von diesem wird berichtet, dass er als erster die nach ihm benannten Gumbianaskar an der grönländischen Küste sichtete. Dies führte später zur Besiedlung Grönlands. Ob Garnbjörn auch das amerikanische Festland erreichte, ist ungewiss. Nach heutigen Erkenntnissen war Leif Eriksson der erste Europäer, der um das Jahr 1000 Dekasekunden amerikanische Festland betrat. Die Einzelheiten sind unterschiedlich überliefert. Bei El Ongs Augsmedus auf Neufundland wurden im 20. Jahrhundert archäologische Funde gemacht, die den Grönlentingern zugeordnet werden. Die Münze von Main kam wohl von dort über Handelswege der Ureinwohner zu ihrem Fundort. Gemäß den Finnland-Sagas, die von den Entdeckungsfahrten der Grönlending A berichten, benannten sie entdeckte Küstenabschnitte in Helluland, Markland und Finnland. Die Zuordnung dieser Gebiete ist umstritten und reicht von der Bafin-Insel und Labrador bis hin nach Neuschottland oder Massachusetts. Auf weiteren Expeditionen unter anderem von Leifs Bruder Thorwald kam es zu Begegnungen mit Eingeboren. Die Grönlending A nannten die amerikanischen Ureinwohner Skrelinger. Um 1020 begab sich der Grönlending A torf in Karlsenni nach Finnland, um dort eine Siedlung zu gründen. Frauenmangel und Kämpfe mit den Skrelingern bewegten die Grönlending A dazu, Finnland nach wenigen Jahren wieder zu verlassen. Dass die Grönlending A auch weiter ins Landesinnere vordrangen, ist unwahrscheinlich. Der 1898 in Minnesota gefundene Runenstein von Kensington wird als Fälschung angesehen. Auch eine 1398 von Henry Sankt-Claire durchgeführte Reise nach Amerika wird als Legende angesehen. Christoph Kolumbus Christoph Kolumbus stieß auf Amerika bei dem Versuch, Indien durch Überquerung des Atlantischen Ozeans zu erreichen, statt, wie bisher üblich, auf dem Landweg oder durch die Umsiegelung Afrikas, wie dies vor allem von portugiesischer Seite vorangetrieben worden war. Der italienische Forscher und Seefahrer Giovanni Cabuto trat 1484 in englische Dienste. König Heinrich VII. beauftragte ihn 1496 mit der Suche eines Westwegs in das Kaiserreich China. In Begleitung seines Sohns Sebastiano trat er die Reise an und entdeckte dabei am 24. Juni 1497 das nordamerikanische Festland, wobei es sich wahrscheinlich um Labrador handelte. Cabuto hatte einen Brief für den chinesischen König dabei, der aber nie ankam. Da er und vier seiner Schiffe auf seiner zweiten Reise über den Atlantik 1498 verschwanden. Den ersten Beweis, dass Amerika ein Kontinent sei, erbrachte am 25. September 1513 vormittags um 11 Uhr, was Kolumbus de Balboa nach einer verlustreichen Expedition durch Panama. Als er als erster Europäer den Pazifik vom amerikanischen Festland aus erblickte. Die Kontinenteigenschaft hatte schon vor ihm Amerigo Vespucci postuliert. Da er durch genaue Beobachtungen deutliche Eigenheiten von Fauna und Flora Amerikas festgestellt hatte. Erste Kartografen wie Martin Waldseemüller hatten daher bereits die neu entdeckten Atlantikküstenabschnitte Amerikas einem neuen Kontinent Amerika zugeordnet. Schon bevor der erste Beweis für einen weiteren Kontinent erbracht war. Ungesicherte Berichte Neben der ursprünglichen Besiedlung und den genannten Fahrten gibt es eine Vielzahl von Hypothesen und Spekulationen über andere prekolumbianische Expeditionen nach Amerika. Keine dieser Hypothesen gilt in der historischen Forschung der westlichen Welt als hinreichend belegt oder gesichert. Siehe auch Besiedlung Amerikas siehe auch Verschiedene Ethnologen, Anthropologen und Altamerikanisten gelangten aufgrund ihrer Arbeiten zur Auffassung, dass Entstehung sowie Entwicklung der alten Kulturen Mittelamerikas durch transpazifische Kontakte mit Besuchern aus der alten Welt beeinflusst worden sein. Ausgegrabene Hühnerknochen aus dem 14. Jahrhundert sprechen dafür, dass das Haus Huhn von Polynesien nach Südamerika kam. Im Gegensatz dazu verbreitete sich um das Jahr 1000 die Süßkartoffel wohl in die Gegenrichtung. Beide Migrationen können auch durch natürliche Mechanismen, insbesondere mittels Treibgut in Meereströmungen erklärt werden. Neuere Untersuchungen geben aber der transpazifischen Seefahrt die größere Wahrscheinlichkeit. Genetische Untersuchungen an Einwohnern der Osterinsel lassen darauf schließen, dass ein erstmaliger Kontakt zwischen der Osterinsel und Südamerika zwischen den Jahren 1310 und 1420 stattfand. Der norwegische Anthropologe Thor Heyerdahl zeigte 1970, dass eine Überquerung des Atlantiks mit einem Schilfboot, wie es im alten Ägypten üblich war, möglich ist. Diese These vertritt ebenfalls Dominik Görlitz, der gegenwärtig die Abora IV-Expedition vorbereitet. Seine Neuerungen sind die Seitenschwerter, deren Erfindung er schon der Naquada-Kultur zutraut. Sowohl Aristoteles als auch Diodorus geben an. Die Phönizier seien bei ihren Fahrten jenseits der Säulen des Herakles auf eine größere Landmasse gestoßen. Eine Zusammenarbeit der Phönizier mit den Kelten bei der Erkundung des Atlantiks und Südamerikas vertritt der Kulturwissenschaftler Hans Giffhorn. Muslime der arabische Geograf Al-Masudi berichtete, der andalusische Afashi BN Said Ibn Aswataba 889 den Atlantik überquert. Heiliger Brennan im Sechs Der Historiker und Schriftsteller Tim Severin hat 1977 mit einem Korak bewiesen, dass die Reise des heiligen Brennan bis nach Nordamerika möglich war, wie man es aus der Navigatio Sancti Brendani interpretieren kann. Siehe auch, um den abgerissenen Kontakt zu den Grenlindinger, den Nachkommen norwegischer Wikinger auf Grönland, wiederherzustellen, hatte König Magnus Eriksson 1355 eine norwegisch-schwedische Expedition unter dem Kommando Paul Knud Zanz ausgeschickt. Die Expedition fand die Siedlungen auf Grönland verlassen vor und kehrte um 1363 erfolglos nach Schweden zurück, Dem norwegischen Skandinavisten Jalmar Rütholand zufolge soll Knudsen auf der Suche nach den Verschollen in den nordamerikanischen Kontinent erreicht haben, wo er selbst verscholl. Der wiederholt zur Stützung dieser These angeführte Runenstein von Kensington hat sich jedoch als Fälschung erwiesen. Nur Magnus' Befehl an Knudsen, sich zur grönländischen Westsiedlung zu begeben, ist erhalten geblieben. Basken im 15. Bereits im 15. Jahrhundert sollen baskische Seefahrer Wale und Kabeljau bei Neufundland gefangen haben. Der Geschichtsschreiber Cordero berichtet vom Portugiesen Joao Vazet Corte Real. Er habe 1473 in einer gemeinsamen portugiesisch-thänischen Expedition Neufundland-Dobakalhau und Grönland erreicht. Der polnische Historiker Joachim Lelewil behauptete, Corte Real und der Navigator Johannes Skolwus seien unter dem Kommando der deutschen Seefahrer Dietrich Pining und Hans Portforst 1473 im Auftrag König Christian Zieh, von Dänemark und Norwegen und auf Bitten des portugiesischen Königs Alfons V., hin von Norwegen aus nach Westen mit dem Ziel Grönland in See gestochen. Für eine Ankunft der kleinen Flotte an der heutigen kanadischen Küste gibt es aber keinerlei Beweise. Corte Real's Berichte von dem armen Land jenseits des Atlantiks sollen mit einem Grund gewesen sein, weshalb Portugal Christoph Kolumbus keine Expedition Richtung Westen finanziert hat. Das Erdbeben von Lissabon 1755 zerstörte die portugiesischen Archive, wobei eventuelle Beweise für die Reise womöglich vernichtet wurden. Als Hinweis für die Neufundland-Reisen von Joao V.A.Z. Corte Real wird die Benennung Neufundlands auf nautischen Karten um 1500 als Terra Corte Realis oder Terra dos Corte Real angeführt. Diese Benennung kann aber genauso auf seine Söhne zurückgeführt werden, die 1500-01 für die portugiesische Krone nach Neufundland segelten. Gaspar und Miguel Corte Real In der Legende der Cantino Planisphäre ist zu lesen. Johns erinnert heute ein Denkmal an Gaspar Corte Real. Außerhalb Portugals teilten nur wenige Wissenschaftler, so zum Beispiel der dänische Historiker Sophos Lassen, die Auffassung, dass der Bericht über die Reise von 1473 realistisch sei. Im Bremer Haus des Glockenspiels werden auf einer Gedenktafel Pinning und Porthos als Bezwinger des Ozeans geehrt, die Nordamerika erreicht haben sollen. John Day, ein Kaufmann aus Bristol, behauptete in einem Brief, dass das Land, welches John Cabot gefunden hat, bereits bekannt war. Amerigo Vespucci berichtete, er wäre schon im Juni 1497 in Mexiko gewesen. Damit wäre er vielleicht der erste christliche Europäer, der den amerikanischen Doppelkontinent betrat. Martin Waldseemüller, der sich hauptsächlich auf Vespucci und die mysteriöse Kaverikate berief, hatte schon erstaunlich genaue Vorstellungen von Mittelamerika und dem dahinterliegenden Ozean. Sonstiges In den Jahren 1388 und 1390 wollen die venezianischen Zeno-Brüderfahrten im Nordatlantik unternommen haben. Dabei sollen sie die nordamerikanische Küste bei Neuschottland gesehen und Drukno genannt haben. Die von ihnen angeblich angelfertigte Zeno-Karte halten Historiker heutzutage überwiegend für eine Fälschung. Finnland-Karte Die Finnland-Karte ist eine der umstrittensten Landkarten der Erde. Sie zeigt im Nordatlantik die Insel Nisland, Grönland und Finnland, letztere mit der Anmerkung von den Gefährten Bjarne und Leif entdeckt. Grönland ist bereits als Insel in einer ähnlichen wie der heute bekannten Form dargestellt. Die Herkunft der Karte lässt sich nur bis ins Jahr 1957 zurückverfolgen. Doch konnte das Pergament mit der Radiokarbon-Methode auf 1434 datiert werden. Die Zeichnungen allerdings wurden mit einer Tinte angefertigt. Die Titandioxid enthielt, was erst seit 1924 industriell hergestellt wird und regelmäßig in Tinte Verwendung findet. Somit wurde die Karte als Fälschung eingestuft. Neuere Forschungen allerdings erwiesen, dass Tinte, die das seltene natürlich vorkommende Titandioxid enthält, vereinzelt schon im 14. Jahrhundert genutzt wurde. Dadurch flammte der Streit um die Karte wieder auf. Karte des Piri-Reis 1929 wurde in Istanbul die Karte des Piri-Reis, eine Sekate des Atlantiks, entdeckt. Diese Karte des Osmanischen Admirals Piri-Reis stammt vermutlich aus dem Jahr 1513. Er selbst gab an, dass er für die Erstellung seiner Landkarte ca. 20 verschiedene Karten als Grundlage verwendet habe. Auf der Karte sind Länder eingezeichnet, die zu seiner Zeit noch nicht entdeckt waren. Während Nordamerika nicht eingezeichnet war, ist Südamerika sehr genau abgebildet. Mittelamerika und die Karibik wurden über groß dargestellt. Piri-Reis hat bei der Abzeichnung einige Fehler gemacht, so wurde Z. B. der Amazonas doppelt und Kuba senkrecht gezeichnet. Nebenbei sind auch Tiere abgebildet, wie z. B. Affen in Südamerika und Papageien auf den karibischen Inseln. Es wurde nicht angegeben, woher Piri-Reis die Karten hatte und aus welchem Jahr sie stammten. Umstrittene Theorien Chinesen nach einer Lesart alter chinesischer Quellen durch den Linguisten und Abenteurer Charles Godfrey Leland aus dem 19. Jahrhundert soll der buddhistische Missionar H. Ui Shen von China kommend 499 den amerikanischen Kontinent nördlich von Kalifornien erreicht haben und ihn als Fusang bezeichnet haben. Leland's Theorie stieß schon zu seinen Lebzeiten auf Ablehnung. Der britische Schriftsteller und Marineoffizier Gavin Menzies stellte 2002 die Hypothese auf, dass im Jahr 1421 eine große chinesische Flotte unter den Admiralen Z. H. U. Mann, Z. H. U. W. und H. B. A. U. aus dem Gefolge Zeng H. E. S. Amerika entdeckt habe. Menzies Thesen werden von Fachhistorikern als Fiktion abgelehnt. Die Schriftstellerin und Hobbyhistorikerin Luisa Isabel Alvarez de Toledo Y. Maura vertrat aufgrund ihrer Forschungen in dem Privatarchiv des Hauses. Medine sieht dunia die Meinung, dass Amerika lange vor Kolumbus von arabisch-andalusischen Seefahrern, von Marokkanern und afrikanischen Muslimen entdeckt wurde, die Handel mit Häfen in Brasilien, Guiana und Venezuela getrieben hätten. Die vielfach für eine Fälschung gehaltene phönizische Inschrift, die im brasilianischen Paribas gefunden worden sein soll, gab Anlass zu der U. A. von dem Orientalisten Cyrus H. Gordon vertretenen Annahme, die Phönizier hätten den Atlantik überquert. Kritik am Begriff der Entdeckung Amerikas Am Begriff der Entdeckung Amerikas wird kritisiert, dass er ausschließlich aus der europäischen Perspektive formuliert wurde und die Sichtweise der dort lebenden Völker, die Amerika nicht erst entdecken mussten, ignoriert. Der Linguist und Philosoph Noam Chomsky schrieb, die Redewendung von der Entdeckung Amerikas ist ganz offensichtlich falsch. Was da entdeckt wurde, war ein Amerika, das bereits tausende von Jahren vorher von den Einwohnern dort entdeckt worden war. Folglich handelte es sich um eine Invasion Amerikas. Die mexikanische Regierung gab 1984 nach Beratung durch eine nationale Historikerkommission eine Erklärung heraus, in der sie eine Revision der Begriffe Entdeckung und Eroberung Amerikas verlangte, weil diese Begriffe nur die Europäer als Handelnde, die indigene Bevölkerung hingegen als Passivverleidende darstellten. Sie empfahl stattdessen die Verwendung des Begriffen Coentro de Cultures. Seit den frühen 1990er Jahren haben Historiker Entdeckung zunehmend durch den Begriff Begegnung ersetzt.